Wunderschönen guten Tag Leute, willkommen wieder zurück zu The Game Sonder und das wird das letzte Video auf diesem Kanal sein. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr fragt natürlich, was ist los, höre ich jetzt mit YouTube, wow, habe ich keine Lust mehr, nein, 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 keine Panik Leute, keine Panik auf der Titanic, alles ist gut, ich werde noch mit YouTube weitermachen. Nur der einzige Haken ist dabei, dieser Kanal, der jetzt gratis, wo das Video geläuft, wird nicht mehr existieren. Das heißt, in den nachfolgenden Tagen werde ich alle möglichen Sachen löschen, alle Videos privat stellen, alle Banner und so, den Namen hier ändern, komplett alles ändern, denn ich habe einen neuen Kanal aufgemacht. Und der Grund, warum ich jetzt einen neuen Kanal aufmache, ist ganz einfach, denn ehrlich gesagt, ich habe einfach ein bisschen so die Schnauze voll auf diesem Kanal hier weiterzumachen. Erstens habe ich einen Knebelvertrag mit dem besten Netzwerk ever und zwar TGN, also ich grüße euch nochmal TGN, ihr seid auf jeden Fall das großartigste Netzwerk, was ich hier entdeckt habe. Ja, Grüße gehen nicht an diesen coolen Netzwerk raus und zwar ist der Grund ganz einfach und zwar Gaming-Clocks. Ja, Gaming-Clocks haben sich bei mir gemeldet und meinten, ob sie mich halt ins Netzwerk holen wollten, reinschieben wollten, nehmen wollten, klauen wollten und ich habe natürlich das Angebot angenommen. Wie gesagt, ich wollte schon immer da rein und jetzt habe ich halt die Gelegenheit bekommen, dank dem Alternativ, der war ja auch letztens im Stream dabei, er hat so gesagt dafür gesorgt, dass ich hier auf den Kanal reinkomme, dass ich in ein Gaming-Clocks-Netzwerk reinkomme. Vielen Dank auf jeden Fall an dich nochmal, falls du es hier siehst. Danke, danke, danke. So, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diesen Kanal dicht mache und euch bitte auffordere, alle möglichen, also falls du das Video jetzt hier sofort siehst, bitte abonnieren unten in der Beschreibung des neuen Kanal. Es sind noch keine Videos offline, aber ich werde jetzt halt ein Video kurz drehen, dass ich euch schon heil sage und jetzt erkläre, was hier so abgeht, für neue Abonnenten zum Beispiel. Und das ist halt der Grund, warum ich jetzt auch diesen Kanal jetzt dicht mache. Wie gesagt, ich habe einen neuen Vertrag jetzt mit den Gaming-Clocks und dieser Vertrag ist jetzt halt auf dem neuen Kanal aufwendet. Wie gesagt, Leute, unten in der Beschreibung ist der neue Kanal. Verlinkt einfach mal schnell abonnieren, wie gesagt, in den Tagen kommen jetzt auch ein paar Videos da rein. Aber hier wird noch nicht Schluss sein, auf jeden Fall. Nach dem Video wird hier noch nicht Schluss sein. Ich werde morgen ungefähr so 15 Uhr einen Zwölf-Stunden-Stream machen. Das wird dann so gesagt der allerletzte Stream hier auf diesem Kanal. Das heißt, schaltet auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn viele Leute dabei sind. So ein Abschluss, wie soll ich sagen, Abschlussfeier so ein bisschen halt von dem Kanal hier, dass ich jetzt komplett den dicht mache. Es wird auf jeden Fall zwölf Stunden sein. Ich hatte ja mal was in der 24-Stunden-Stream geredet, das Problem ist halt, aber mein Kollege, beziehungsweise mein Bruder hat halt, naja, nicht so viel Zeit. Und daher ist auch nicht die Möglichkeit jetzt dabei irgendwie, dass wir 24-Stunden da irgendwie sitzen. Aber zwölf Stunden sind auch perfekt, wie gesagt, das ist sonst ein bisschen zu viel. Wir werden ja bis drei Uhr morgens, glaube ich, spielen. Da ist genug Zeit für alle möglichen Leute dabei. Also, falls du morgen Zeit hast, ungefähr so 15 Uhr und bis drei Uhr morgens, schau auf jeden Fall mal auf den Stream vorbei. Wie gesagt, das wird der Abschluss-Stream hier auf dem Kanal. Ja, Leute, das war es auch hier mit dem kleinen Video. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal an jeden, der hier diesen Kanal supportet hat. An jeden, der hier alle möglichen Videos geschaut hat. An jeden, der abonniert hat. An jeden, der, wie gesagt, alles mögliche für diesen Kanal auch getan hat. Und ich schätze es wirklich ein. Mir fehlen ja zum Beispiel auch die ganzen Aufrufe und sicherlich werden nicht alle Abonnenten jetzt rüberkommen. Aber wir werden sicherlich einen guten Neustart haben und sehr viel cooles aufbauen. Ich will es hoffen, ja. Ich will es hoffen, dass wir einen guten Start bekommen. Aber ansonsten war es das eigentlich mit dem kleinen Video hier. Wie gesagt, Channel unten in der Beschreibung, auch hier an der Endcard jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr im Stream oder beziehungsweise im neuen Kanal gleich. Ja, wie gesagt, checkt ihn auf jeden Fall aus. Das war euer Game Sonder. Das war das letzte Video auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.